Heute ist Dienstag, der 23. Mai. Statt Sonne und Warme haben wir hier regnerisches Wetter und tief hängende Wolken. Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde des Videos. Willkommen auf meinem Kanal. Gestern kamen wir hierher nach Kudeljero. Wir liegen etwas westlich, zwei Kilometer von diesem Ort an der Küste. Ja, dieser Campingplatz hier, der nennt sich Jolimar. Liegt auch nur etwa zwei bis drei Kilometer südlich der Küste. Bei schönem Wetter wäre es wert, hier nochmal zu bleiben. Und diese Autobahnbrücke scheint hier das einzige Highlight zu sein. Aber wir haben uns entschlossen, nach Santiago den Compostelle zu fahren. Und dort wäre es das Wetter zu erwarten. Ja, diese Zeit zum Beispiel. Ja, diese Zeit zum Beispiel. Ja, diese Zeit zum Beispiel. Und die Zeit zum Beispiel. Ohneues. Dann ist das. Also, da sind wir hier noch T-Town. Dann haben wir heute Abend. Dann. 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 So, wie ist der Plan? Wir laufen jetzt Richtung Kathedrale und schauen uns da um. Und vielleicht schmieden wir auch ein hübsches Papier und dann schmieden wir weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.